Erstes Heimspiel in der American Football-Landesliga-Mitte für die Rockland Raiders aus Neuwied. Die Saison ist bereits ein Spiel alt, man verlor in Trier mit 6 zu 42. Eine deftige Niederlage. Gegen die Wölfe aus Wetzlar wollte man nun eine Reaktion zeigen. Die Raiders gehen rund erneuert in diese Saison. Headcoach Jörg Bamalin gehört nun zum Trainerstab der Koblenz Huskies. Quarterback Ken Ortiz macht wohl erstmal eine schöpferische Pause. Dafür liefen einige ehemalige Spieler wieder im Trikot der Deichstätte auf. Auf ehemalige und auch neue, wie etwa Quarterback Sven Hammer. Er ist der neue spielende Offense-Koordinator der Neuwieder. Einer mit Erfahrung. Als Quarterback hat er schon Regionalliga gespielt. Auf anderen Positionen sammelte er unter anderem im Vorjahr auch Erstliga-Erfahrung mit den Rhein-Neckar-Bandits. Dort war er auch Jugendtrainer. Ein anderer Neuer kommt gerade jetzt aus der Jugend, aus der des Regionalligisten Montabaur Fighting Farmers. Receiver Patrick Brüngel trägt jetzt sein weißes Trikot. Die ersten Punkte der Partie gab es durch die Torstangen-Kicker Martin Pelzer. Der schaut heute noch öfters hier vorbei. 3 zu 0, Neuwied bringt die ersten Punkte auf die Anzeigentafel. Für die nächsten sorgt Wetzlar, auch wenn das so sicherlich nicht geplant war. Gleich dreimal in Folge ging der Snap daneben. Die Wölfe nach eigener Aussage ersatzgeschwächt. Obendrein war es das erste Saisonspiel. Da kann das schon mal so eine Sache sein mit dem Timing. Beim finalen dritten Mal flog der Ball durch die eigene Endzone. Das nennt man Safety und gibt zwei Punkte für den Gegner wohlgemerkt. Wir springen ins zweite Quarter. Die erste Aktion gehört Martin Pelzer. Ein Kick durch die Torstangen bringt das 8 zu 0 für die Raiders. Kein offensives Feuerwerk, aber man kam immer besser in Schwung. Und bei den Wölfen kam die Zeit, in der es nun richtig weh tat. US-Boy Mike Brown, Quarterback der Gäste. Gestoppt von Neuwieds Daniel Hammer. Sauber, aber schmerzhaft. Brown brauchte danach erstmal eine kurze Auszeit. Als es bei ihm wieder ging, brachte das prompt 6 Punkte ein. Die Ballübergabe von Brown auf Gladimo Loco. Das 6 zu 8 für Wetzlar. Und weil man anschließend keinen Extrapunkt, sondern eine Two-Point-Conversion versuchte, konnten die Wölfe sogar ausgleichen. Pass von Brown, der lange suchen musste, um ihn zu finden. Receiver K. Zimmermann. Erinnerungen wurden wach an das Vorjahr. Da hatte Neuwied einen guten Lauf, bis es gegen Wetzlar ging und man beim Unentschieden die ersten Punkte liegen ließ. Dass es diesmal anders laufen würde, dafür sorgte der laufende Quarterback. Sven Hammer, sein erster Touchdown im neuen Trikot. Sein erster als spielender Coach für die Raiders. Der Zusatzpunkt von Pelzer war auch gut. Zur Pause stand es 15 zu 8. Nun ging es für Defense-Koordinator Richard Walter, auch ein Rückkehrer, und seine Jungs darum, vor allem keine weiteren Punkte mehr zuzulassen. Doch auch bei den Neuwiedern passte noch nicht jedes Tackling, saß noch nicht jede Formation. Ein Beispiel wurde gleich mit Punkten bestraft. Von der eigenen 20, sogar noch ein paar Jarts weiter hinten, macht sich Gladimo Loco auf den Weg. Zum Touchdown für Wetzlar. Fast zum Ausgleich. Es stand danach 14 zu 15, weil der Kick daneben ging. In jedem Fall aber zum längsten Touchdownlauf der Partie. So was wie die schnellste Rennrunde in der Formel 1 für Sebastian Vettel. Damit es nicht unnötig spannend wird, schnappte sich auf der Gegenseite wieder Hammer das Leder. Beziehungsweise ergab es einfach nicht mehr ab. Warum auch bei diesen Löchern in der gegnerischen Defense. Die gefakte Ballübergabe verwirrt die Wölfe. Hammer hat quasi das offene Feld vor sich. Samt Zusatzpunkt stand es am Ende des dritten Quarters 22 zu 14. Weniger erfreulich, dass wenig später ein Krankenwagen von Nöten war, um Neuwieds Tim Lukas vom Feld zu bringen. Die Diagnose am Abend, Bruch der Schulterpfanne. Von dieser Stelle eine schnelle und vor allem gute Genesung an Tim Lukas. Der Rest vom Spiel ist schnell erzählt. Zweimal noch durfte Kicker Martin Pelzer ran. Beide Field-Golf-Versuche waren erfolgreich. Das machte in der Summe einen am Ende ungefährdeten 28 zu 14 Heimspielerfolg für die Raiders. Am Ende war es eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Niederlage in Trier. Die Analyse des Trainers. Die Routine macht es möglich. Step by Step Schritte nach vorne, die Leute ins Training bewegen. Und dann packt man es auch, so einen Spieltag auf die Reihe zu bringen. Das nächste Mal was auf die Reihe bringen wollen die Raiders am 12. Mai im Heimspiel gegen Bürstadt.